13. August 1961. Mitten in der DDR befindet sich West-Berlin. Es wird eingemauert, um eine Flucht dorthin ab sofort unmöglich zu machen. Von einem Moment auf den nächsten teilen Stacheldraht und Mauer eine Stadt. 10.680 Tage lang. In den folgenden Jahren wird die Mauer zur Todesfalle. Hier wird auf jeden Flüchtling scharf geschossen. Der sogenannte antifaschistische Schutzwall, wie die Mauer in der DDR heißt, wird zur Hochsicherheitszone inmitten der Stadt. Stacheldraht, Stolperdrähte, Wachtürme. Hunde bewachen den Todesstreifen. Die Animation zeigt, wie die Mauer 1989 aussah, kurz vor dem Zusammenbruch der DDR.